Ja hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück zu Wolfenstein 2 wie New Colossos. Wir sind hier immer noch in New York und haben uns hier langsam aber sicher durchgekämpft und sind jetzt auch in der Lage das geile Dieselgewehr hier zu benutzen. So, und den Laden ist sogar auch mal voll. Da vorne sind noch ein paar Enigma-Codes und hier ist ein Loch, was in den Boden führt. Wahrscheinlich geht es dann auch hier weiter lang. Erstmal klauen wir den Kommandanten seine Enigma-Codes. Dem haben wir die Birne ganz schön weggeschossen, muss man ja sagen. Achso, jetzt habe ich einen Enigma oder habe ich eine Enigma-Code-Verbesserung? Ich weiß es nicht. Gucken wir, was wir hier noch so alles finden hier. Ja, das war mal in New York, bis die Nazis da eine Atombombe draufgeworfen haben und somit Amerika quasi, tja, aus dem Krieg holten. Also quasi Amerika, ja, von jetzt auf gleich kriegsuntauglich machten. Ach, wir hätten jetzt auch hinten, guck mal, wir hätten hinten schon reingehen können. Ah, dann hätten wir sie, ah, okay, so würde das dann funktionieren, wenn man es richtig gut machen will. Und dann kann man hier nämlich sich hier so unter denen durcharbeiten. Das ist ja nun auch nicht doof, möchte ich mal meinen. Das ist auch nicht doof. So, die Frage ist, müssen wir jetzt weiter unten lang oder lieber oben? Ich glaube, unten kommen wir nicht weiter, ne? Da vorne, das sieht abgesperrt aus. Ja, das sieht abgesperrt aus. Ja, wir haben jetzt, äh, das fette Dieselgewehr. Ich glaube, damit können wir gleich so richtig schön Gesichter wegschießen. Das Spiel gibt mir gerade ziemlich viel Rüstung an die Hand. Das ist immer ein schlechtes Zeichen und ziemlich viel Munition auch. Also entweder rechnet man damit, dass man bis hierhin einen richtig schweren Kampf hat oder da, wo ich jetzt hingehe. Langer Weg zum State Building. Carolina, erleuchten Sie mir den Weg? Cool. Okay, die Hunde, die sind ziemlich aggressiv. Wenn die nicht gleich klein kriegt, dann werden die ein ganz schönes Problem. Ah, okay, ich brauche die gar nicht aufheben. Ich brauche einfach nur drüber laufen. Wie in den guten alten Shootern. Ne, hier kommen wir leider nicht weiter. Das ist eine Finte. Tja, sie wussten hier schon, was auf sie zukommt. Cool. Ob die auch wissen, was hier auf sie zukommt? Wenn der Brat Maxe kommt. Könnte ein cooler Folgentitel werden. Wenn der Brat Maxe kommt. Haha. Ah, ah ja, ist eine coole Waffe für sowas. Wenn der Brat Maxe kommt, fängt die Stimmung an. La 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 la. Da ist jeder Nazi gleich dran. Und brennt. Und brennt. Und brennt. Und brennt. Leider habe ich immer so wenig Munition für so eine Waffe. Aber gut, das Spiel will ja auch nicht, dass wir hier mit so einer, ja, nicht so gut ausbalancierten Superwaffe herumlaufen. So. So. Gut, das Spiel gönnt uns jetzt hier einen Speicherplatz. Das hat echt so viel vom Metro. Da kommt ja auch bald ein neuer Teil raus, ne? Dem werde ich auf alle Fälle zocken. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Hab ja auch die letzten beiden Metro-Spiele gezockt. Also die ersten beiden, wenn man so will. Wartet mal. So. Tja, wie gesagt. Wenn der Brat Maxe kommt. Das Geile ist, ich kriege jetzt hier sogar noch neuen Diesel. Und kann man eine geile Dieselwaffe nachladen. Ne Mensch. Das ist doch jetzt mal nicht schlecht hier. Na du? Boah, hab ich dir die Nase weggebrannt. Na, hast du auch nicht besser verdient, ey. Arschloch. So. Natürlich weiter hier. Hallo. Ah ja. Ich hab mein Limit erreicht. Zumindest mein Rüstungslimit. Was gibt's hier noch? Außer noch eh nicht. Ah ja, wahrscheinlich schalten wir hier gleich den Zug ein. Von daher. Ein Verbesserungskit, um eine Waffe zu verbessern. Ah ja, nicht schlecht. Na gut, dann drücken wir mal aufs Knöpfchen. Ah ja, die haben wir hier. Das war ja eine kurze Fahrt gewesen. Tja. Nichts für ungut, Jungs. Aber euch mit euren eigenen Waffen zu schlagen, das hat schon was für sich. So, Diesel Limit erreicht. Also wenn ich jetzt hier gleich Atiom treffe, dann weiß ich auf alle Fälle, dass das hier Metro ist. Was haben wir hier? Ah ja, Know Your Shelter. Oh, scheiße. Das war ja mal eine kurze Zugfahrt gewesen. Ignorier den Schmerz. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Ja. Ich glaube, meine geile Dieselknarre habe ich vorhin. Verloren, ne? Das war mir ja schon wieder fast klar gewesen. So, und guck mal, da ein Knackwurst ist da oben auch noch unterwegs. Und da müssen wir uns jetzt erstmal hocharbeiten. Und ich höre auch schon wieder so eine blöde Drohne. Boah, schön in die Eier. Schön in die Eier. Tagebuch eines unbekannten Überlebenden. Zwei Tage seit der Bombe. Schwarze Revolutionsfront. Schwarze Revolutionsfront. Muss ich finden. Schnell. Glaube, ich habe Grippe. Huste Blut. Das war auch leider das letzte, was wir von ihm gehört haben. Zugegeben, Blut zu husten ist auch nicht gerade eine gesunde Sache. Aber da haben wir hier ja einen kleinen Vorteil, denn unser Anzug schützt uns vor Strahlung. Um Blut zu husten, das klingt mir schon fast nach Strahlenkrankheit. Gut. 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 So, guter Punkt zum Abspeichern. Ja, ich höre halt diese blöde Drohne da gerade schon wieder so rumsumsen. Oh Mann, ey, das ist so spannend. Ganz ehrlich. Jetzt müsste hier eigentlich jetzt der Kommandant knackt, wo es kommen gleich. Wo ist der denn? Ist der über mir? Oh Mann, scheiße. Ach, schade, so kurz vor Schluss, ey. So, so, so kurz vor Schluss. So, verdammt kurz davor, hier vielleicht jemanden zu erwischen. Ich meine, ich muss jetzt zuerst nur diesen komischen Kommandanten da ausschalten. Der ist ja aller Wahrscheinlichkeit nach über mir. Das heißt, auf der anderen Seite vielleicht immer wieder rüber. Abwarten, abwarten, Leute. Ich möchte jetzt einmal an den ersten Mal wieder rüber. Das ist jetzt das nächste Mal wieder. So, wenn ich jetzt mal wieder rüber 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 rüber. Vielen Dank. Ja, da oben ist der irgendwo. So, ganz kurz mal. Ja, wie gesagt, manchmal muss man dann auch einfach mal in die Vollen gehen hier. Ich weiß nicht, es sind gerade so viele Soldaten hier unterwegs. Der Klassiker, ich schieße dir das Bein weg. Oh, ich habe den Kommandanten wohl auch schon erwischt. Wartet mal. Ist man den Heino da hinten? Haben wir. Ja, ich muss die Drohne manchmal zwingen, sich neu zu positionieren. So, auch die haben wir. Aber hier ist noch eine. So, Ruhe im Karton hier. Ah ja, da hinten hat es den Kommandanten erwischt. So, Enigma Codes. Glimpflich, würde ich sagen. Glimpflich rausgekommen. Also. Will ja kein Spielverderber sein, aber ich glaube, die sind tot. Das Level-Design ist echt der Hammer. So, betrete das State Building. Das darfst du dann das hier wohl sein. Kann man hier runter? Okay, kann man den da vorne töten? Kann ich es töten? Großer, willst du sehen, was der alte Mann drauf hat? Ich glaube, der ist ein bisschen stark. So, noch mal hier. Ich probiere es nochmal mit meiner Dieselkraft hier. Na, Großer, willst du sehen, was der alte Mann drauf hat? Na ja, erstmal die Gliedmaßen zerschießen. Na ja, und der Rest, der regelt sich dann wohl ganz von selbst. Tschüss, Junge. So. Du quatschst ja auch echt immer, als ob du schon halb tot bist. Aber eine coole Waffe kriege ich von dir nicht, ne? Nö. Na gut. Aber hey. Großer Schrotthaufen. Großer Schrotthaufen. Hm. Aber ich sollte auch mal eine Maschinenpistole mal upgraden. So, Waffenmaschinenpistole. So, Waffenmaschinenpistole. Nagel. Äh, Trommelmagazin. Schalldämpfer. Oh ja, Schalldämpfer ist gut. Schalldämpfer heißt lautlos töten. Ich mag lautlos töten. Wenn man sterben muss. Wenn man sterben muss, geht das halt eigentlich ziemlich gut dann. Das heißt, man kann auch mal so jemanden abknallen. Und man muss nicht immer diese Kills aus dem Verborgenen heraus machen. Oh, irgendwie ist hier keiner. Wir fehlen hier gerade so ein paar Leute. Wo sind denn die alle? Naja, noch ein Verbesserungskit. Ich vergesse immer, dass ich die Gesundheit nicht einsammeln brauche, wenn ich sie eigentlich nicht brauche. Okay. Sagte er, während er gerade einen Menschen erschoss. Ah, das ist ein böser Mensch. Das ist ein Nazi. Und weil ich sagen muss, ich finde jetzt nicht, dass ich eine Hakenkreuzversion brauche. Es ist ja ungeschnitten. Also ungeschnitten von der Gewalt her. Aber ich brauche jetzt keine Hakenkreuze oder so. Ich kann mir schon so sehr gut vorstellen. Das einzige, was vielleicht noch aus historischer Sicht interessant wäre, wäre es, wenn die tatsächlich dann diese Namen alle hätten. Also zum Beispiel die Hammerfaust, also unser U-Boot. Heißt ja im Original nicht Hammerfaust, sondern Evas Hammer. Und mit Eva ist natürlich Eva Braun die letzte Frau von Adolf Hitler gemeint. Hat der mehrere Frauen gehabt. Der alte Lustmolch. Hat auch eine Vorliebe für junge Damen, für junge, hübsche Damen gehabt. Jawohl, ich ändere die Position. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Das ist ja nicht. Ich brauche mal ganz dringend Heilung. Also Verstärkung schön und gut. Gute Nacht, Herr Kommandant. Also das wäre aus historischer Sicht ganz interessant, wenn die halt dann noch die originalen Namen hätten. Wobei jetzt gerade auch in dieser Version vom Wolfenstein im Gegensatz zu den ganzen alten Wolfensteinspielen, die noch wirklich wesentlich mehr an der echten Nazi-Welt orientiert waren, ist hier wirklich sehr, sehr viel nochmal fiktiv nachgeändert worden. Deswegen also für mich braucht es das gar nicht. Also ich kann mir schon so sehr gut vorstellen, welche Message hier die, welche Message das Regime hier quasi haben soll. Also dieses, ja, diese völlige Menschenverachtung, die hier auch symbolisiert wird, die auch vorgeführt wird. Nach dem Motto so, ah, es war total schwer hier noch eine, äh, doch aufrecht, äh, eine heldenhafte Pose einzunehmen, wenn man die ganze Zeit Leute totfahren muss. Da, ne, da, da, da rumpelt's ja so im Auto. Kann man ja nicht die ganze Zeit wie so ein Held da stehen, muss man auch mal sich mal festhalten, wenn man da gerade Leute überfährt. Also, das ist, das ist schon ziemlich krass, was da gezeigt wird. Kann ich mich hier eigentlich durchschießen? Ja, und selbst wenn, hätte ich dafür nicht gerade das richtige Gerät zur Hand. Hier zieht's ganz schön, als Maul. Da war noch einer. Kopf hoch, Kopf hoch. Oh, ich muss nachladen. Boah, nicht mal mit nachladen krieg ich den außerhalb der Deckung raus. Ha, so ist doch gut. Bleib mal so, bleib so. Und, ach Junge, du solltest doch so bleiben. Ich wollte dir einen schönen Kopfschuss geben. So, hier irgendwo war doch jetzt was, als ich erreichen musste. Ah ja, ein Aufzug. Ah, der Freund hier schon wieder. So. Die Waffe nehme ich natürlich mit, hallo? Hey, meine gute Waffe. Ja, ich glaube, die darf ich nicht mitnehmen, wenn ich hier das Level verlasse, oder? Warte mal, kann man hier sonst noch irgendwas finden? Bevor wir jetzt hier einfach abhauen. Ach, guck mal hier. Noch ein Concept Art. Okay, gut, dann verlassen wir mal das, äh, ja, dieses Level hier. Diese Gestade. Okay. Wer zum Teufel sind Sie, Weißbrot? Ganz ruhig. Zuerst mal möchte ich klarstellen, dass ich nicht zum Regime gehöre. Was, Sie gehören zum Regime? Nein, 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 ich gehöre nicht zum Regime. Nicht zum Regime, klar? Wenn Sie kein weißer Faschist sind, dann sind Sie entweder ein Farbiger oder Abweichler. Dass Sie keine Farbe haben, sind Sie wohl ein Abweichler. Sieht so ein Abweichler aus, Grace? Nö. Hey, Augenblick mal, ich bin vielleicht kein Abweichler, aber ich... Ich hab doch gesagt, er ist vom Regime! Oh, jetzt reicht's. Let's go! Ich sag's nochmal. Ich bin nicht vom Regime. Hey! Sie holen jetzt Super Spash wieder rein und setzen ihn ab, sonst stopfe ich Ihnen die Granate in den Arsch und sehe mit Vergnügen zu, wie Ihre Eingeweide von der Decke tropfen. Klar, Mann? Hören Sie, ich hab keine Zeit für diesen Scheiß. Wir haben versucht, Ihre Gruppe zu kontaktieren. Wir organisieren eine Revolution in Amerika. Wir? Der Wiesenaukreis. Spashy, bring diesen Wichser nach drinnen und gib ihm was Warmes zu essen. Ich steck das wieder rein. Scheiße! Entdeckung! Nur ein Scherz, Mann. Ist ein Blindgänger. Sie hat so einen kranken Humor. Sie erdrücken mich. Das ist Chili. Rezept meines Vaters. Hab aber keinen Löffel. Oh, danke. Also, was ist mit dem Hühnerdraht? Hühnerdraht? Das ist mein Faradayischer Käfig, Mann. Gefällt er Ihnen? Der hält das außerirdische Regime schön auf Abstand. Ich wurde fast von William Blazkowitsch getötet? Oh, scheiße! Darf ich? Sie waren hier, als die Bombe fiel. Ja, war ich. Ich hab das recht gut überstanden, weil ich unter der Erde war. Als ich rauskam, sah es aus wie eine Vision aus Dantes Inferno, wissen Sie? Ich erinnere mich an Verstümmelte, die durch den Nebel irrten. An Schreie, die durch die zerbombten Gebäude halten wie heulende Geister. Eine Mutter war da mit ihrem Sohn. Blind stolperte der Junge durch all das Chaos mit weit ausgestreckten Armen und rief nach seiner Mutter. Die Hitze der Bombe hatte die Haut an seinen Armen verbrannt und sie hing runter. So wie ein Hemd, das ihm viel zu groß war. Und ich weiß noch, wie die Mutter versucht, zu ihm zu kriechen. Die Hälfte ihres Körpers war völlig weg. Einfach so weg. In so einem Moment, was denkst du da? Wenn du weißt, du verlierst alles, was du liebst. Was denkt man in so einem Moment, hm? Scheiße. Was wird eine Narbe geben? Monster waren das. Keine Monster. Menschen. Ihr Verlust tut mir leid, Mr. Blaskowitsch. Ich hab Caroline kaum gekannt, aber sie war wohl eine tolle Frau. Sie hatte Eier aus Stahl. Eier. Warum müssen immer Eier herhalten, wenn einer mitteilen will, wie hart er ist? Kleine, äußerst zarte Dinger. Geborgen in ihrer warmen, gemütlichen, verletzlichen Höhle aus schrumpeliger Haut. Scheiße. Das bleibt wohl ein Rätsel. Kein Rätsel ist der süße Saft, den sie produzieren. Ja, ich werde auch bald Vater. So ist der Kleine. Ist eine Sie. Oh, tut mir leid. Weswegen denn? Was ist Späschi? Schweine, jede Menge. Kommt die Treppe hoch, eine Scheiße am Mehl. Scheiße, die Wichser haben uns gefunden. Na, haben Sie einen Fluchtplan, Mr. Blaskowitsch? Anja, wir müssen hier sofort raus. Verstanden, William. Schicke Hass 1 und Hass 2 für sofortige Evakuierung. Verstanden. Bringen Sie Ihre Leute aufs Dach. Ich stoppe die Angreifer, bis die Helis da sind. Brüder und Schwestern, hört zu. Ihr müsst alle sofort aufs Dach. Wir evakuieren. Und nehmt alles mit, was ihr tragen könnt. Los, die Zeit drängt, Leute. Na los, los. Beinung. Alles klar? Schaffen Sie einfach Ihre Leute hier raus. Kommt her und holt mich, ihr weißen Faschistenschweine. Erstmal wieder mein Mikrofon anschalten. So, die weißen Faschistenschweine sind auf dem Weg zu uns. Wir machen ein kurzes Päuschen, sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, gehabt euch wohl und haut rein. Bebe, euer Hiyuga. Bis dahin, gehabt euch.